So, herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space. Ja, in dieser Folge sind wir auf dem Weg zur Brücke, um dem Käpt'n zu helfen und um dann hier abzuhauen. Und ja, hoffen wir einfach nicht so oft sterben wie beim letzten Mal. So, müssen wir mal schauen, die müssen hier durch die Tür erstmal. Erstmal schauen, Inventar. Also Munition, so alles passt. Dann haben wir mal die Pistole. Zack. Start. Okay. Oh, noch ein Magazin. Gefällt mir. Ähm. Das kann ja nicht gut ausgehen, wo ich hier bin. Verschrecken, wieso. Okay. Das war wohl seine Frau. Hä? Wie oft gehe ich denn hier noch lang? So, jetzt lang. Da lang. Ich kann mich denn da erschrecken. Der war doch direkt vor mir. Pfff. Ich bin echt ein Schisser. So, mal schauen. Kann man jetzt so kaufen? Boah. Boah. Okay, das passt. Ähm. Medipack, wo die kamen. 5000. Ja, sicher. Ja. Okay. Lassen wir erstmal so. Nutzendrück gleich mal hier Medipack. Lass mal nachladen. So. Oh, oh. Leck. Leck. Das gibt es ja nicht. Okay, es passt. Ja. Ich werde mal gucken, wie die FPS-Rate jetzt, ähm, Dings ist. Eine Aufnahme. Durch diesen Leck. Ja. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Ja, die FPS-Rate ist recht gut. Also, liegt nicht dran aufzusetzen. So wie sonst immer. Von daher legen wir jetzt, äh, einfach los hier und machen weiter. So. Aufgabe erfüllt. Kapitel 3. Kurskorrektur abgeschlossen. Fortschritt speichern, aber natürlich. Und zwar da. Oh, super. Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Das hier fällt mir ja. Wie weit ich erst mal mit dem Monorail fahre. Durchs komplette Schiff. Das kann ja was werden jetzt. Jetzt, wenn ich hier raussehe, werde ich gleich angegriffen. Isaac. Kommen Sie. Kendra hatte recht, das. AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Das AA-System. Wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Käptens erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lieben doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Käptens. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond, out. Okay. Das passt. Ob er der Böse ist oder nicht. Ich werde Ihnen einfach helfen, damit wir ja das Schmindenkönig möchten nicht mehr. Und dembei werden wir wohl die Frau von dem Typen hier suchen. Aber naja. Ich bin wichtiger. In dem Spiel. So. Mal wieder Blut. Ist ja mal was ganz neu. Ja, was ist das nicht? Fuck. Fuck. Was ist das? Oh Gott. Was ist denn das? Mein Gott. Wie werden sterben. Ich sag ja, wir werden sterben. Ähm. Ja. Hoch in der Hülle registriert. Ich schau uns einfach mal hier hin. Die Alldämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Hier kommen wir bestimmt gleich Viecher. Ich werde gerade mal wieder paranoid. Wir sind jetzt an Bord gegangen. Wiederhole, siehnt an Bord. Wir werden angesetzt. Was für Kreaturen. Die haben schon fast die gesamte Fankmannschaft umgebracht. Wir brauchen hier dringend eine Sicherheitsverstärkung. Wir müssen nichts. Wir können sie nicht lange zurückhalten. Na schön. Wenn ich das noch aufsammeln. Ja klar. So, was haben wir hier? Wieder ein Magazin. Welches wir nicht nehmen können. Röpperkling. Es sind auch ja schon viele Asteroiden hier. Was haben wir hier? Nein, fröhne Lande. Okay. Gehen wir mal runter. Was zur Hölle? Können sie wetten, hier kommt gleich so ein Übiz-Zetter-Boss. Oder mein ich der kleine fette Viech von vorhin. Auch von letzter Folge. So, was liegt hier? Ein Schema hat er? Oh, Schema. Anzug Level 3. Ja. Das möchte ich aber mitnehmen, du. Zack. Benutzen. Jetzt kann ich es so mitnehmen. Muss ich es sicher auch benutzen hier, oder? Oder auch nicht. Cockpit des Käpt'ns. Ach, da ist er ja. Ach, ein Mensch. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem Asteroiden getroffen. Hört Sie. Ich weiß, dass Ken von mir nicht traut. Aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos, da ist das Asteroiden-Abwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens drei Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atrium-Aufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens Isaac. Seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe es auch nur kurz gesehen, aber... Das war riesig. Gewaltig. Dankeschön. Und der steckt mich da raus. Und ich habe keine Ahnung, davon er gerade geredet hat. Und daher werden wir einfach mal lesen. Jetzt haben wir erledigt. Auszüge aktivieren. Die Auszüge zu den anderen Unterdecks der Brücke sind offline. Die entsprechenden Steuerungen befinden sich im Sicherheitsraum. Okay, dann werden wir da wohl mal hingehen. Gibt es hier irgendwo einen Shop eigentlich? Ich hatte ja einen neuen Anzug. Damit ich mehr Scheißen benehmen kann. Aha. So, mal schauen, was da jetzt in großen Z4 ankommt. Raketenwerfer, so haben wir ja nicht. Auch wenn ich denke, das könnten wir hier brauchen. Und ich werde erstmal abspeichern. Oh mein Gott. Es kommt. Wo sind die Astroiden? Scheinen die Astroiden zu sein. Aber da kommt's. What's to it? Ach du Scheiße. Stipp, stipp, stipp. Ihre Waffen schaffen es nicht durch die Panzerung von einem Ding. Schießen Sie mir in den Rücken, Isaac. Natürlich, steh auf. What? Zur... Ah, wie soll ich denn bitte in den Rücken rin schießen? Wow. 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 Der kann da durchrennen. Was zur Hölle? Ja. Ich möchte nicht mehr. Das Spiel ist scheiße. Ja. Ich möchte nicht mehr. Das Spiel ist scheiße. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Die Anomalie ist gestohrt. Quarantäne wurde aktiviert. Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Wo kommt der denn her? Wie kann ich ihn zu groß übersehen? Na. Ach du Kacke. Ähm, ja, lass mich leh... Scheiße. Äh. Und weg. Wie soll ich denn bitte... Jetzt. Und weg. Und weiter. Weiter, 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 weiter. Munition, Munition, Munition. Gooo. Natürlich. Stopp. Oh, verdammt. Und Beilung. Natürlich. Oh, verdammt. Lauf. Lauf. Nein. Quarantäne aufgehoben. Mistvieh. Okay. Erster Boss down. Alter, was ist das ein Klops. Oh Gott. Ja, wir haben ja schon viel Muni für den vergeudet. Deswegen werden wir dann mal runter zur Brücke gehen und uns mit restliches Zeug holen. Tüdelü. Tüdelü. So. Psycho. Ähm, ja, haben wir hier schon alten Dienern kann da ja nicht sein. Ah, Seike. So. Das war's schon? Ernsthaft? Hm. Ist das ein Mist? So, ich werde jetzt nochmal abspeichern, nachdem ich ihn besiegt habe. Ja. Ich dachte ja eigentlich, er wäre größer, aber na ja. So, nachladen. Genau, irgendwas drin. Da war doch grad was. Plasma-Energie, nicht hier. Ripper-Kling. Ansonsten hat alle, denke ich mal. Aber, wie hat er bitte hier durch den Gang gepasst? Wow. Okay, die hat, so nehmen wir alle, muss ich sagen. Aufzutsteuerung und eine Werkbank. An die Werkbank geht ich erstmal ran. So, zack und zack. Money and Credits. Passt doch. So, was rüsten wir denn auf? Impulsgewehrweg aufrüsten bringt ihm es ja am meisten. So, passt. Ich hab keine Ahnung, wie der Ripper so ist, dann aufgerüstet ist, na ja. Der ist mir einfach zu, ja, unhandlich, sag ich's mal so. Okay. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Okay, und rein. Musst du da rein, oder? Ja. Dann. So, mal auf den Timer schauen. Okay, passt. Mir fehlt irgendwie die Ausdrucksmusik. Oh, was ist hier? Verlust kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Missiles für dienstuntauglich. Was? Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terrence, bitte. Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter. Ketzer. Haltet seinen Kopf. Mörder. Haltet ihn fest. Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Okay. Ich muss den doch aufhalten. Nehmt ihn doch an. Ja, sei eher so, als es doch ein Erstochen hat. Aber na ja, wie war ich dabei? Wie könnte ich sagen? Oh Gott. Hör auf! Ist das stimmt? Können wir hier? Rebarklingen. Plasma Energie. Okay. Denn wollen wir jetzt erst mal speichern. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Okay, wo speichern wir denn mal? Ich würde mal sagen, dort. Na gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.